Als Sigrid und ich vor jetzt 23 Jahren dieses Projekt Adama Biohof gestartet haben, waren sie ganz ganz bewusst, dass wir mit dieser biologischen Wirtschaftsweise hier ein Zeichen setzen und wir wollten aber auch in der Vermarktung etwas weiterentwickeln und so ist uns mit unserem Zustandsservice, dem Adama BioKistl, was ganz ganz Großes gelungen und ich bin heute sehr sehr dankbar, dass wir ein Leuchtturm sind und vielen vielen anderen auch beweisen und zeigen können, dass es gut funktioniert. Amen. Amen.